verregnete ruinen du hast das nicht in der roboter stimme gesagt verregnete ruinen aber ich habe noch nie den titel in der roboter stimme gesagt was erzählst du mir aber ich wollte das mal hören und ich bleibe hier hängen auf die zahlen sie stehen für die anzahl der füße die von den fußsensoren erfasst werden welche zahlen jetzt kommen werden das ist blau das ist meins gewichter nein bleib hier oben sag mal ein fuß du musst mit beiden drauf gehen ich nur mit einem clever schatz du bist so schlau jan deswegen bist du auch mit mir zusammengest du nimm die möhre mit ich wollte gerade der tag der möhre ist doch schon gewesen und du lässt es hatte ich dir geschrieben weiß ich nicht mehr es war einmal im märz mach du mal beide drauf das gilt nur als einer oder da geht der ja okay der geht der muss den hochball du musst du musst männchen machen oder du musst strull an meine ich kann sein männchen machen ist was anderes da ist ein ball ja da stand jetzt speichern übrigens jetzt wurde er habe ich jetzt das erste mal gesehen bewusst ja dann nimm du mal den ball du kannst das so gut ach so okay das ist kein ball und weiter machen ach so ein fuß okay nein zwei du hast zwei drauf gestehen also entweder müssen das zusammen machen dann muss ja du musst einen fuß drauf stellen und da musst du warten nämlich mal ach nee wir müssen immer einen fuß wahrscheinlich drauf haben ach ja okay das ist schon ein spruch naja dumm dumm di dumm di dumm asengold oder was machst du da Wolltest du nicht mitkommen? Ich habe mich für dich geopfert. Uh, uh, uh. Nein, warum? Äh, hallo? Ich war am Gehen. Wieso ist der auf einmal am Schweben? Du hast mich jetzt mit runtergezogen. Genau, vor allen Dingen ich dich mit runtergezogen. Nein, was macht der denn da oben mit dem... Ist das so rutschig oder was ist da los? Ja, das ist rund. So abgerundet. Nein. Nein. Dein Ernst, das machst du mal ein bisschen schneller, weil du denkst, du bist ja jetzt eh da. Und da kackt ihr hier ab. Ist nicht dein Ernst. Zwei Füße, pass auf, pass auf. Ja, du hättest ja auch die zwei Füße draufstehen können, das weißt du. Ja, ich dachte, du machst einen drauf, dass du, was für den... Drei? Also ich hatte nur einen drauf. Ja, ich hatte zwei drauf. Der wollte ja aber drei. Ja, der war aber auch nur zwei. Nee, der hatte ja drei drauf dann. Wollte zwei haben. Der will immer nur zwei haben, deswegen werde ich auch immer wieder von dir runtergeboxt. Ja, ich geh mal an eine andere Seite, pass auf. Ich geh mal da rüber. Ja, aber... Hä, es kommt hier... Synchronisiere deine Schritte mit deinem Partner, damit immer zwei Füße, wie ich gesagt habe, gleichzeitig auf dem Boden sind. Jetzt. 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 Wobei das egal ist, wann wir gehen. Es darf halt immer nur einer... Scheiße, ich komme da nicht an den Dings dran. Bleib da, bleib da. Ja, ich bleib da, ich bleib mit dem Riff gehen. Okay. Ganz verkaufen, obwohl du nur 55 Prozent... Geht das jetzt auch zusammen, oder? Oh, ja, es geht jetzt auch. Ja, wegen dem... Ich kam nicht an das Ding dran. Ja, da können wir nochmal hingehen, aber willst du noch holen? Ich kam nicht dran, ich war ja ganz außen. Oder ich hätte vielleicht... Ja, siehste, weil das wird dann so eng die ganze Zeit. Ja. Oder du gehst mal nach oben, das wird das immer so probieren. Gehen wir nach oben? Warte du erstmal, bis ich da bin. Ja, sag mal. Kommst du drauf? Warum nehme ich den falschen? Das heißt, ich muss ja nicht mitlaufen, ich muss ja nur... Kannst du den auch nicht, ne? Ne, da kommt man nicht hin. Das Problem ist, wenn wir beide hier drauf sind... Ja, da kommt man nicht hin. Das Problem ist, wenn wir beide hier drauf sind, dann ist das immer schmaler. Also das ist irgendwie so komisch. Oder kann ich sein, wenn... Warte mal. Ist das wirklich immer so schnur? Warte mal, ich halte mal. Ja, so auf jeden Fall. Warte mal, bleib du mal am Rand da und ich geh auch an diesen Rand. Und mach nur mal mein Bein drauf, das reicht ja schon, ne? Für mich ja. Und los. So, jetzt geh du weiter. Guck mal, der geht jedes Mal, wird der enger. Ja, oder kann das sein, dass es daran liegt, weil ich mitgehen muss? Wir müssen zusammen dahin gehen, dass er das doch haben will. Ne, ne, das haben wir ja eben versucht, das hat nicht geklappt. Ne, ich meine richtig synchron. Was passiert denn, wenn wir richtig synchron gehen? Das haben wir doch die ganze Zeit gemacht. Ich will jetzt hier eine Stunde wegen dem einen Ding hier... Wird immer enger. Das ist genau das, was wir vermeiden wollen. Das ist ja das, was ich gesagt hab. Okay, dann müssen wir den leider... ...lassen. Leider. Was ist hier unten noch irgendwas? Eine Möhre. Nimm die Möhre mit. Warte mal, da oben können wir doch... Ich denk mal, man kann irgendwas mit den Fässern und mit diesem Greifen machen. Ja, aber das ist jetzt so... ...weitläufig hier irgendwie. Die Möhre hab ich gegessen. Was ist denn, wenn wir das da draufstellen? Aua, aua. Deiner ist kaputt gegangen. Ja. Ja, ich hab versucht, die Fässer aufeinander zu schlagen, aber... Du weißt schon, was du da kaputt gehst. Hä? Ja, er... Ja, aber der hat irgendwas fast eben drauf gehabt, nur da hat sich das nicht verändert. Uah! Geht's noch? Ja. Ach, wieso hängt der denn jetzt? Oh, Leute. Wo ist der geheime Weg? Könnte in der Nähe sein. Ich meine, jetzt den Weg, wo wir eigentlich vorher raufgehen wollten, dann ist wohl der Hintritt auch nicht mehr Kasse, ne? Oder? Jetzt speichert er erstmal. Ja, toll, wir haben den nicht mehr nehmen können. Ach, ne. Ich dachte, wir können die einsammeln und dann woanders rumgehen. Scheiße, sowas. Oh, scheiße, das ist wieder auf. Ich hab's aber noch geschafft, okay. Jetzt müssen wir aber aufpassen hier. Zwei. Warte, warte. Warte mal. Ja. Ab ihn und fall runter, ich glaube. Aber du fällst runter. Ich seh nämlich nix hier. Uh! Ich wollte grad sagen, du bleibst, du. Nimm den, nein. Ja. Oh, sorry, ich hab... Wieso bin ich hier so böse? Ja, weil ich dich angeschubst hab, irgendwie. Aber wir haben jetzt kein Dings gekriegt davon, ne? Oh, was war das? Uah. Ich krieg diese Dinger irgendwie nicht, dass ich die kaputt machen kann. Ich weiß nicht. Ich dachte, man kann die werfen. Gibt's irgendeine Taste irgendwie, die du da noch machen kannst? Aua. Naja, das ist ja krass. Du kannst nur loslassen mit, mit, äh... Wie kann man die loslassen? Gar nicht, nur wenn ich, äh, den Stick nicht mehr bewege. Ach so. Jeweils ein. Moment mal, ja. Boah, guck mal, 100%. 100%. Und zwei Daumen nach oben. Da geht's runter. Scheiße. Sag das doch. Aua. Oh, oh, wir haben uns beide. Was ist das? Ich wollte das Ding einsammeln, was ich freigeschaltet hab. Nichts, wir haben uns beide. Ich muss hier noch zwei Füße reinmachen. Echt? Zwei ganze? Ja. Na komm, trau dich, trau dich. Ist so zaghaft. Äh, ist kaputt. Du hast es kaputt gemacht. Da, die Möhre, nimm die. Da ist Musik drin. Nimm die mal. Boah, ach. Was heißt, da ist Musik drin? Du meinst, da ist Geld drin. Ja, Geld auch. Was meinst du mit Musik? Ja, da kommt immer ein Tonsymbol. Oh, 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 warte mal. Ach nee, da geht's hoch. Ich hänge. Äh, vier Füße, okay. Ach du Scheiße. Hilfe, Hilfe. Warte, ich kann mich nicht mehr bewegen. Denk dran, zweimal gehen. Ach so nicht. Ja, du musst weitergehen. Nein, kann ich ja nicht. Ich muss stehen bleiben, sonst bewegt dich die Platte nicht. Ach so, okay. Ja, ich kann nicht. Och, ich, ich war auf dir. Nein, das war jetzt. Äh, ja, das war jetzt mein Fehler. Ich wollte die Dinger einsammeln. Aber die krieg ich so nicht, ne? Oh, 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 Füße hoch. Wo bist denn du jetzt? Ja, du bist runtergefallen. Nee, du bist runtergefallen, weil du die Füße nicht hochgetan hast. Den Fuß. Du musst ja nur einen hochtun. Und... Fuß hoch? Zu spät. Ja, ich hatte ihn oben, aber es ist weggedrängt worden jetzt. Ja, warte, ich gehe jetzt an die... Oh, ich gehe jetzt an die Seite. Nein. Hallo. Oh, schuld. Ja. Ich gehe jetzt ganz an die Seite, damit ich... Bleib doch einfach mal in der Mitte. Ja, aber... Und... Fuß hoch. Fuß drauf. Äh. Oh, wir sind aber... Hä? Das war jetzt... Ja, aber irgendwie stand er viel zu spät mit den vier Füßen dann. Nimm die Möhre. Ja, ich nehme die Möhre. Ab die Möhre. Oh, warte, warte, warte. Vier Füße von uns. Ich wollte gerade sagen, was ist denn jetzt los? Äh... Okay. Wie viele Füße? Deine zwei... Seine... Warte mal, ich... Ne, Moment, da fehlen noch zwei. Ja, hier ist dann... Das sind meine noch. Es fehlen dann noch zwei. Ja, die hole ich jetzt. Ja, dann hol du mal noch vier Füße. Mach mal. Weil meine zählen doppelt, weil ich habe Stinkfüße. Ich kann mich nicht bewegen. Da ist auch noch was. Warte mal. Was ist das für ein Ort? Den einen will ich wenigstens auch noch haben. Ja, wo kriegen wir jetzt noch die Bahn frei, dass wir noch jemanden holen können? Können wir irgendwas machen? Warte mal. Jemanden holen, sag ich doch. Ach, wir müssen erst da rüber. Hier ist jemand, da. Aber wie kommen wir da rüber? Gefragt ist hier jemand. Da, guck mal. Ach, nur. Ja, toll. Ja, wenn du mal auf mich hören würdest. Warte, du machst beide drauf, ich mach einen drauf, ja? Warum muss ich immer die Scheiße drauf machen? Ach, Scheiße. Ja, okay. Du hast nicht zwei drauf. Ja, ich muss ja... Nee, warte. Wir machen das anders. Ja, Moment. Moment. Wir machen das anders. Ich bleib stehen. Komm, komm, komm. Ja, wie soll ich denn da drauf kommen? Ja, wir müssen es gleich. Komm, mach du die. Du bleibst jetzt mit zwei stehen, oder was? Ja. So, jetzt geh du einfach immer. Ach so. Ja, warte. Dann kannst du jetzt noch auch da mit zwei... Komm drauf. Warte mal. Entweder kommst du auch noch mal mit zwei drauf. Nein, noch. Nein. Ach, ist das eine Scheiße. Jetzt bist du auch drüben wieder. Ja, das war klar. Stell du dich mal mit einem drauf. Das war kein einer. Nee, das war jetzt gesagt, wo ich schon mit zwei drauf... Also, ich stelle mich mit einem drauf. Ich falle jetzt runter, weil ich so nah am Rand bin, oder? Ja, du musst auch mitlaufen, das ist klar. Ja, ich laufe ja jetzt mit, aber wenn ich am Rand bin... Warte mal, lass mich mal hier hinten hin. Ja, das ist scheiße. Ich bin gleich kaputt, bevor du da bist. Ja, pass auf. Ja, du brauchst zu lang für die Schritte. Nein. Pass auf. Ich geh jetzt mit beiden drauf. Und du gehst dann weiter erst mal. Ich geh jetzt runter. Dann geh du weiter. So, so machen wir das jetzt. Warte, 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 bleib bei ihm. Nicht, nee, du sollst nicht ganz. Ja, das geht jetzt nicht. Wenn du, du musst, du musst jetzt am Ende... Ich gehst zu dem anderen... Ach. Hebst du auch mal das Bein hoch, weil... Das bringt nichts, wenn ich die ganze Zeit da stehe und warte. Ja. Ja, du hast schon wieder ein Bein nach oben gehabt. Ja, pass auf, wir müssen uns abstimmen. Wer macht jetzt zwei Beine? Ja, es bleibt dabei, dass du zwei Beine machst. Weil du einfach nicht schnell genug läufst. Das Problem ist, du musst aber mitlaufen, wenn du hier bist. Ja, aber wenn du da... Wieso dreht er sich jetzt hier wieder nicht? Mann. Ja. Ja, du sagst nichts und dann machst du einfach die Beine runter. Muss ich natürlich das Bein hoch machen. Nee, nee, du musst am Ende... Aber du musst schneller gehen, weil sonst sind wir tot vorher. Das geht dann nicht. Warte nochmal. Du musst am Ende... Jetzt bin ich... Na gut. Na, komm. Du musst am Ende... Musst du zwei drauf haben und ich... Genau, das ist das Problem. Aber du machst die Füße nicht hoch. So, jetzt geh du, wenn du da hochkommst. Bleib mich jetzt runter. Na, du stehst im Weg. Nein, na, Entschuldigung. Ja, das ist jetzt... Nee, warum bist du... Das war doch durch. Angenommen hat das auf jeden Fall, ja. Und wir brauchen hier vier... Ja, im Endeffekt brauchst du... Warte, warte, warte mal nicht. Im Endeffekt brauchst du nur mit zwei Beinen draufzustehen. Das hätten wir gleich machen können. Ja, ja. Ich hab's dir auch erklärt. Oh, jetzt... Nee, na. Der geht aber alleine jetzt. Oder wie machen wir das jetzt? Nein! Er ist bereit. Wir müssen drei. Das heißt, jeder nur mit einem Bein. Hallo. Könnt ihr mal aufhören, mich da runterzustoßen? Ja, wir sind alle runtergefallen jetzt. Warte mal, gehst, gehst. Wo ist der Typ? Hinter uns. Nee, ich sollte nicht so an. Nein! Entschuldigung! Nein! Das war mein Fehler. Ich wollte nicht weitergehen. Ich wollte da drauf stehen bleiben. Aber ich hab festgestellt, ich muss... Ich muss da durch... Der macht manchmal so scheiß Schritte, ne? Ja, der hat meinen nicht angenommen, irgendwie, obwohl ich da drauf stand. Ja, aber der Typ ist auch alt. Oh, Mann, jetzt geh doch mal da weg. Pass auf, der fängt sofort an, ne? Ja, wenn wir hier stehen, fängt er sofort an. Es sei denn, er kommt dann dir nicht vorbei. Hallo! Ey, wieso schmeißt er mich da runter, obwohl ich immer mit einem Schritt gehe? Ja, wir sollten wahrscheinlich nicht ganz so am Rand gehen. Ich war auch... Ach, Mann, geh da runter, ey. Das läuft gut. Ach, komm mit, Junge. Komm. Ich denke immer, ich bin der Blaue. Ich will immer der Blaue sein. Ja, das ist voll ätzend. Vor allem, wenn du gewohnt bist, immer irgendwo rosa zu spielen. Na, komm. Komm. Ey, sieht so ein bisschen aus wie ein Tee, so. Ja. Aber das ist, ich, es ist eine Übungssache. Also man könnte, man, also man, ich denke mal, wenn man es öfter spielt, kriegt man das auch besser hin noch, ne? Aber wenn du so siehst, unsere Todesrate, ich meine, sechs sollen wir haben und wir haben sechs, fünfzig Tode gehabt. Da sag ich nichts zu. Ja, aber das war ich hier nicht alleine. Komm, du bist auch auf dem Tee. Ich werd hier ständig runtergeboxt. Ja, klar. Aber nicht von mir, das mach ich nicht. Nein, natürlich nicht. Nee, 그렇죠. Okay. Okay. Vielen Dank.